Werte prägen uns von klein auf. Sie lenken unseren Umgang unter Kollegen, Partnern und Kunden. Bei BKW Engineering bauen wir auf drei Kernwerte. Unternehmerisch bedeutet, dass wir ständig in Bewegung sind, leistungsstark agieren und stets das Ergebnis im Fokus haben. Partnerschaftlich heißt Wertschätzung gegenüber Kunden, Partnern, unseren Mitarbeitenden und uns selbst. Dazu treten wir hochprofessionell auf und sind absolut zuverlässig. Zukunftsweisend sind wir durch Innovation und Fortschritt in allen Kompetenzen. Kombiniert mit einer nachhaltigen Philosophie und über unsere starke Vernetzung. Gemeinsam nehmen wir die großen Themen unserer Zeit in Angriff, indem wir die Lösungskompetenz vieler bündeln. Von Vordenkerinnen und Vordenkern, Möglichmacherinnen und Möglichmachern, von über 3000 Expertinnen und Experten voller Visionen, Erfahrung und Leidenschaft. Mit ihnen schaffen wir gemeinsam Quantensprünge in jedem unserer Kompetenzbereiche. Für die Gesellschaft und unsere Umwelt. Es ist diese Kraft des Zusammenspiels, die uns mit rund 50 der besten Engineering-Firmen zum führenden Engineering-Netzwerk im deutschsprachigen Raum macht. Eigenständig erfolgreich haben wir gemeinsam ein Ziel. Die Lebensräume der Zukunft denken. BKW Engineering BKW geossenen Ja, die ich in laundry un sieben, wenn man mit einer 한복loser herausFO name plantsprised, Und keine Macht visualization mehr coach. BKW ist dieseurninge Nachdessen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020